Magisches Schloss Ist das lecker Ich liebe Pizza Küstlich Probier mal die Limo Ja, die ist köstlich Nein, jetzt habe ich Bauchschmerzen Mach dir keine Sorgen Wo ist mein Handy? Ich rufe Irene an Da ist es Hallo Irene, wir haben ein Problem Steffi hat Bauchschmerzen Ja, sie hat zu viele Süßigkeiten gegessen Alles klar Ich mache mich auf den Weg Los geht's Steffi, hier bin ich Was ist los? Oh, mein Bauch Das tut weh Dann lauschen wir mal Wow Aha Prüfen wir mal, ob du Fieber hast Gib mal deine Achse So Wie oft Esst ihr eigentlich Süßigkeiten? Na, gar nicht so viel Heute und gestern Und vorgestern Und vorvorgestern Alles klar Schauen wir mal Fieber Fieber hast du nicht Aber Eure Essgewohnheiten Solltet ihr ändern Wie soll das denn gehen? Das zeige ich euch Kommt mit Komm, komm Steffi Komm, komm Wow Hier wären wir Im Supermarkt Ich kann nicht mehr Nein, wir sind schon da Oh, so viele Oh, Lebensmittel Pommes, 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 Pommes Pommes, Pommes, Pommes Äh, Steffi Warte mal Pommes ist Fastfood Und von Fastfood Kriegst du Bauchschmerzen Aber was soll ich denn essen? Hey Steffi Schau mal, was ich gefunden habe Wee Leute, nein, stopp Ihr habt doch nichts verstanden Aber das ist doch so lecker Donuts Burger Limonade Hotdogs Lass uns zahlen gehen Die Milch nehme ich auch Weißt du, was sie vorhat? Nein, keine Ahnung Ken, gib mal die Karte Dankeschön Jetzt lass uns nach Hause gehen Da wären wir Das hier Kommt erst mal weg Lasst uns jetzt Das Obst sauber machen Und jetzt schneiden So Und jetzt brauchen wir einen Mixer Und jetzt die Milch Und jetzt mixen Das ist ja so schön rosa Was wird denn das? Das Das ist ein Smoothie Probiert mal Guten Appetit Steffi, das musst du probieren Ah, ist das lecker Na, besser als Fastfood? Mh, tausendmal besser Das ist mein neues Leibgericht Na also Ich hoffe, du ernährst dich auch gesund Schließlich ist das lecker Tschüss dann Tschüss Und Anna Und jetzt Vielen Dank.